Dürr das ist ja nur Lack passiert das Spiel es ist man diese und das ist Pech da hinten ist ja doch der Herzbube was wollt ihr? das ist ja noch ein Ressort dran oder? maybe 2k18 ach Zipp hat die 5 getroffen wo willst du hin? wo gehst du hin? wo gehst du hin? falsches Feld ach so er macht jetzt 1 2 3 4 5 er macht zur Straße wie beim Kniffeln ja knifft ist ja Vater dasselbe was er bei Kniffeln so gib mir oh nimm mit nimm mit nimm mit oben oder unten ich hab das Spiel lange nicht mehr gemacht 10-Band i believe i can fly wär witzig wenn er jetzt zwischen dir woher die Jeeps hängt mit hihihi hihihi rechts ist ja eine ja, ein Ressort ist eine Plassion und pro ja, die Dame ist oben die Dame oben, ja das war's mit einer Bucke Jemand geht der Laser? Der geht dem Auto. Der geht dem Auto. Der geht dem Auto. Fuck. Ja, geblock mich halt, du blöde Katze, oder? Du blöde Katze. Ich mag Katzen. Ich mag Katzen. Ich liebe Katzen. Katzen kommt. Ich bin Alf. Alf? Hab einen. Einen hab ich. In diesem Haus hat man keine Katzen gegessen. Aber ich liebe Katzen. Alf? Wer auf die Präsidenten anzurufen. Ich liebe die Präsidenten. Ach, ganz schlecht. Ich liebe die Sache. Fuck. Lauf. Schön. Aber ich hab so viel... Ich hab so vieles gesehen. Ich hab so vieles gesehen. Ja, ich hab so vieles gesehen. Ich hab so vieles gesehen. Aber dafür... Fuck. Alter, was ein Zeitlupenflug. Ich hab auch mal gefallen, wenn er gar keine Karte getroffen hätte, sondern... ...zuschneiden durch. Das ist aber auch Skill. Das muss man mal sehen. Das ist äh... Krass. Wo warten wir? Ich hab's gerade nicht alles hier in Zeitlupe. Bei mir fällt das jetzt nichts. Bei mir fällt das jetzt nichts. Einfach hier rechts eine Mauer lang, dann kommst du schon runter. Jetzt schlägt er auf. Siebes PC ist zu krass. Ich hab mal aus und Tab wieder rein. Wo macht die Pimmeldownlots aus? Das Spiel... äh... frisst PC ist auf. Ich hab's nicht gesagt gut. Und dann fasziniert. Natürlich wieder orange. Okay. Auffassung. Aber noch aus, gell? Ja, ja. Aber noch auf. Sieben... Sieben kann gar nichts... 6 die Erachter und das ist es bleibt auch ist zu stärker für zu starten Appetit über die Wiese der Unterbrechung kommt jetzt Kürzler Nürnberg und Abbacken Studio ja ich war ja schon im Auto oder was du nicht da da will ich einen Cotton-Tremper krass wenig mehr aber hey, die Zuschauer feiern ja nice ich hoffe mal, dass ich mal wieder Bild kriege achte mal, was ich verblendet sind man muss mir nur sagen wann ich springen soll na 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 spring �bušter also, bei mir war er ja schon weg cannot wo landet der thee rechts in Foiρα findest online Ich mach den Jill Winnef. Okay, ich hab nichts genommen. Äh, nein. Du warst knapp dran. Genau wie Jill Winnef am Leben. Ah, ey. Versuch mal, dass ich jetzt in der Zeit wieder lebe. Jill, als du nicht lieber am Leben bleiben könnt und den Hurensohn von Jack im Bauch lassen könnt, den Bastard, wenn wir alle... Ach, was ist mir das? Jack Will Neff mit blotten Haaren. Lustigster Vogel ever. Formel 1-Strape-Meister. Verdient. Genau so ein Skillfahrer wie Damon Hill. Die besten Formel 1-Weltmeister hintereinander. Damon Hill und Jack Will Neff. Top Jahre waren das. Mein Gott. Ist es nicht wahr. Ist es nicht wahr. Äh, der Bubenbruch. Jochen Knochen, oh Jochen, oh 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 oh. Oh Gott, oh Gott. Das ist der Druck. Der Treffen. Das ist... Das ist meine Chance. Ich hab nichts getroffen. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin durchgeflogen. Ja, hat er gesagt. Das braucht enormen Skill. Das ist schwerer. Auf dem Warten. Komm, komm. Ich hab's weg. Tut mir leid. Ich versuche immer noch Wild zu kriegen. Nein. Wirklich. Nein. Das ist meine Chance wieder aufzuholen. Und wenn Andrews jetzt alles richtig macht, kann er sich noch dazwischen schieben. Nein. Das heißt, ich kann ihm tun die richtig aufzuholen. Aber nicht mit der 4. Was machst du denn? Haha. Der Wildke war zu niedrig. Ich wollte das Ass haben. War's doch schon Ass. Ne, ich geh doch auf. Die hat auf höchste Gesamtzahl. Auf die Punkte. Jetzt ist der... Ich hab wieder kein Bild auf geht's. Weiter mal blind. Jetzt könnt ihr mal den Ratzenberger machen oder ne? Einfach mal gerade ausfallen. Nicht boosten. Er macht den Ratzenberger. Ey, aber das... Das ist doch schon besser. Habe ich was getroffen? Nein, 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 nein. Das geil ist, er macht nicht nur den Ratzenberger, er macht auch noch die Käsehobel hinterher. Ich das geilste. Bin ich mal? Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Der König da. Da ist er doch. Der König. Oh, ich hatte einen Leck. Oh, fuck. Das ist eine Heimhaße. Oh. Oh. Alter. Wer hat doch die Chance. Scheiß-Raps, Alter. Keiner besiegt den Sinn, Master. Wow. Nächster Fahrer. Joch. Ich bin nicht okay. Scheiße! Scheiße. Die Boom, der Boom... Ja, ja, eine Boom eigentlich noch. Lecker? Mein Junge sollte das eigentlich... Ja. Oder? Ja, anyway. Es ist ein GP2-Engine, Leute. Ne, ne, ich glaube sie. ... Ass. Auf einmal... ...gibt die Energie aus. ja so etwas zu ziehen wenn du es du musst einfach nur ja aber ohne etwas in der komischen Farbe reinfolge ist ja auch die Sorge ist der Punkt kaum vorabend das ist er sehr viele Farben aber sehr wichtig kommt jetzt wird der König es kann aus dann will ich nicht im März schuldig der König mit dem von ich glaube der ist vorbei ein bisschen jetzt er ist so weit deutlich und ich habe immer noch kein Bild also es wird wieder bringt aber heute okay muss er eins machen Einfach nur geradeaus fahren! Geradeaus! Nichts lenken! Bussen! Bussen! Bremsen! Hey! Hatte König! Ist es nicht traurig, dass er blind mehr Punkte gewollt hat als sehend? Wo ist die Dame? Nirgendswo! Geil! Du musst einfach nur draufschießen, hab ich ja gewonnen, ne? Ja! Und treffen! Ja! Oh! 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 Das war ein teurer Sieg! Ich glaube, der ist da durchgefallen! Ja, der ist im Boden drin! So, ich habe jetzt... ...44, oder? Bin ich... Du hast 8 Punkte, oder? Ja, 7 Punkte, ja! Ich glaube, 7 muss... Ich weiß nicht... Ja, alle, alle beiden haben genauso viele Punkte! Das stimmt so! Oh, no, 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 no! So, aber hast du jetzt wieder Bild? Äh, jetzt gerade habe ich Bild! Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt gleich starten, ob ich dann Bild habe! Oh, nein, der ist rot, der bin ich schaden! Nein! 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 Ich habe kein Bild!